Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es um ein super spannendes Thema und zwar sind die goldenen Zeiten von LinkedIn-Content vorbei, ja oder nein, das wirst du im Laufe dieser Folge herausfinden. Wenn du gerade in den letzten Wochen bemerkt hast, dass deine Reichweite auf LinkedIn gesunken ist oder stagniert, dann solltest du dir diese Folge unbedingt bis zum Ende ansehen oder anhören. Bevor wir heute reinspringen in die Folge, gibt es aber drei richtig coole Ankündigungen, die ich einmal kurz mit dir durchgehen möchte, weil tatsächlich hinter den Kulissen sich unglaublich viel getan hat und damit du natürlich auf dem neuesten Stand bist. Zum einen haben wir im letzten Monat ein komplett neues LinkedIn-Marketing-Training gehalten, wir hatten über 400 Registrierungen dafür, das Interesse war wahnsinnig groß, wie man gerade 2023 wirklich LinkedIn nutzen kann, um mehr Reichweite zu bekommen, Leads darüber zu gewinnen und darüber sogar zu skalieren. Die Aufzeichnung ist normalerweise immer nur für ein paar Tage verfügbar, dann nehmen wir sie komplett runter, da wir aber so viele Nachrichten erhalten haben von allen möglichen Leuten, die gesagt haben, Hey Robert, ich würde mir unglaublich gerne dieses Training nochmal angucken, haben wir uns entschlossen, das Ganze nochmal zur Verfügung zu stellen für ein paar Tage. Wenn du Lust hast, schau da unbedingt rein, in ungefähr 30 Minuten lernst du alles, was du in diesem Jahr über LinkedIn-Marketing und auch über LinkedIn-Ads wissen musst. Zum Zweiten haben wir mal nebenbei im Hintergrund, glaube ich, die größte LinkedIn-Marketing-Community gelauncht, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Fast 500 Leute sind bereits beigetreten und wenn du keinen Tipp oder Trick mehr verpassen willst, dann solltest du unbedingt dieser Community beitreten, ist komplett kostenfrei und im Moment ist da schon wahnsinnig viel los. Jede Woche machen wir einen Live-Workshop, geben individuelles Feedback zu deinem Content und tauschen uns zu den besten Tipps und Tricks aus. Wenn du da nichts verpassen willst, unbedingt dem Ganzen beitreten, Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Und die dritte Ankündigung, über die ich mich, glaube ich, am meisten freue, ist, dass wir am 22. und 23. Juni ein Event in Hamburg veranstalten. Über zwei Jahre mussten wir leider ein bisschen aussetzen und umso mehr freue ich mich, dass wir fast 50 Leute einladen werden nach Hamburg. Wir sind schon bei fast 20 Teilnehmern, die zugesagt haben, was mich unendlich freut. Und wenn du mehr dazu erfahren willst, zu dem Ganzen, zu dem Event und vielleicht auch dabei sein willst, findest du alle Informationen auch dazu unter diesem Video. Bringen wir direkt in das Thema rein und zwar musst du dir Sorgen um deine Reichweite machen, ja oder nein? Und die einfache Antwort ist, ja, du musst dir Sorgen darum machen, aber es gibt auch eine relativ simple Lösung dafür. Denn tatsächlich auf jeder Plattform bisher ist es passiert, dass irgendwann die Reichweite gedrosselt wurde, egal ob es bei Facebook war, egal ob es bei Instagram war, egal ob es bei Google war und es wird auch irgendwann bei LinkedIn passieren. Hintergrund ist, dass häufig die Plattformen irgendwann so viel Content einfach haben, dass es a viel kompetitiver wird und zum anderen auch dazu führt, dass sie natürlich wollen, dass die Leute immer mehr LinkedIn Ads schalten. Und es gibt schon die erste Gerüchte, dass man auch Beiträge pushen kann jetzt per Ads, persönliche Beiträge auf LinkedIn und das war tatsächlich die Funktion bei Facebook, die dafür gesorgt hat, dass wirklich die organische Reichweite auf einen Zehntel reduziert wurde. Und da ich das tatsächlich am eigenen Leib erlebt habe, dass von einem Tag auf den anderen meine Reichweite auf einen Zehntel runtergegangen ist und ich war so, ey, das kann doch nicht deren Ernst sein, weiß ich, dass man sich auf die kalten Zeiten sozusagen vorbereiten muss. Und das ist tatsächlich auch der Hintergrund dieses Videos, weil alle unseren Kundinnen und Kunden bereiten wir genau gerade darauf vor, sich davon unabhängig zu machen. Wie macht man sich jetzt unabhängig davon? Das bedeutet, Content unbedingt auf LinkedIn weitermachen, fleißig sozusagen posten und ich poste hier, das sind wunderbare Posts hier, die wir hier machen auf LinkedIn. Aber wir wollen jetzt die Leute in unseren eigenen Content, in unsere eigene Welt bringen. Und das bedeutet, wie schaffen wir das, indem wir uns eine eigene E-Mail-Liste aufbauen. Und das ist tatsächlich etwas, was viele Leute gar nicht so auf dem Zettel haben, wie wichtig eigentlich eine eigene E-Mail-Liste ist. Weil das Coole daran ist und das ist vielleicht auch etwas, wo du vielleicht direkt denkst, was weiß ich, E-Mail-Newsletter, wer liest sowas noch? Wenn du mir sagen würdest, du würdest mir morgen meinen LinkedIn-Account wegnehmen oder meine E-Mail-Liste wegnehmen, würde ich jedes Mal sagen, nimm meinen LinkedIn-Account, viel Spaß damit. Weil das Coole an einer E-Mail-Liste ist, das kann dir tatsächlich niemand mehr wegnehmen. Du kannst das Ganze über Monate, Jahre aufbauen und ich wüsste, wenn ich einen Newsletter rausschicke zu einem bestimmten Thema, wüsste ich, dass die richtigen Leute darauf reagieren. Und ich kann seitdem deutlich besser schlafen. Jetzt ist die Frage, wie befüllt man seine E-Mail-Liste? Wie kriegt man auch wirklich da so 1000 plus Kontakte rein? Unsere E-Mail-Liste ist, glaube ich, bei über 7000 Kontakten mittlerweile aktiven. Wie schafft man das? Und das Coole daran ist, dass man das nicht wahnsinnig kompliziert am Ende machen muss, sondern dass man das auch relativ simpel halten muss, beziehungsweise simpel halten kann. Und ich verschiebe hier mal ein bisschen, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Zack, das kommt hier ein bisschen rüber. Ich glaube, das mit den Kontakten hast du verstanden. Und das ist tatsächlich auch etwas, was sich die Leute immer ein bisschen kompliziert machen, was man sich leicht machen kann. Was wir am Ende brauchen, und das ist auch das Einfachste, was du machen kannst, ist einen Lead Magnet zu entwickeln. Einen, ja. Und ich rede jetzt nicht von 10 oder von 20, sondern von einem. Das Problem dahinter ist, und vielleicht ist es auch etwas, worüber du schon mal nachgedacht hast, so einen Lead Magnet zu entwickeln. Die meisten Leute treffen dabei kein heißes Thema. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie erstellen zum Beispiel irgendwie einen Lead Magnet zu etwas, was sie selbst interessiert. Und das ist so der größte Fehler, den man machen kann. Und das ist tatsächlich auch immer wieder etwas, was ich erlebe. Das Kunden von uns ein cooles E-Book erstellt hat, wirklich mit 20, 30 Seiten unglaublich viel Herzblut sozusagen reingesteckt haben. Aber, ich nenne es mal nicht heißes Thema, sondern heißer Titel. Ja. Weil tatsächlich bei einem Lead Magnet verkauft eigentlich nur im ersten Schritt gedanklich der Titel. Also, das ist der Grund, warum sich Leute das runterladen oder nicht. Unser bestes Beispiel ist, glaube ich, unsere Algorithmus-Checkliste, ja. Nur dieser Titel sorgt dafür, dass Leute sich das runterladen, ne. Link dazu unten in der Beschreibung. Und genau das wollen wir treffen. Das Coole daran ist, dass es eine Funktion bei LinkedIn gibt, die nennt sich Umfrage, ja. Und mit dieser Umfrage kannst du relativ viel Spaß haben, denn du kannst natürlich in so einer Umfrage abfragen, woran die Leute Interesse hätten oder wo sie auch zum Beispiel auf Download klicken würden. Und könntest da wirklich mal so drei, vier Themen abfragen zu deinem Bereich und würdest relativ zügig rausbekommen, woran die Leute Interesse hätten bei deinem Thema, ja. Also, bei uns könnte es zum Beispiel sein, wie gesagt, das war die Algorithmus-Checkliste. Dann zum Beispiel, was weiß ich, einen Content-Plan hätte ich rausgeben können. Dann, was hätte noch was sein können, zum Beispiel eine Profil-Checkliste. Wäre auch was, was man hätte rausgeben können. Und was wäre noch irgendwie eine Sache, was weiß ich, Netzwerkaufbau. Tipps dafür. Und so kriegst du dann relativ schnell einen Sieger raus. Und das war ganz schnell die Algorithmus-Checkliste, weil so viele Leute danach gefragt haben und gesagt haben, hey, Robert, ich will diese Algorithmus-Checkliste haben. Und das war für mich die Indikation, ah, das ist was. Und zum anderen willst du immer abgleichen, sind das auch die richtigen Leute, die du dadurch anziehst. Und das war in dem Fall, waren es bei uns genau die richtigen Leute, weil natürlich alle Leute, die irgendwas mit LinkedIn-Content machen und auch Reichweite haben wollen, genau die Leute sind, die wir haben wollen. Und das Coole ist, was passiert, man baut dann eigentlich zwei Seiten, du hast diesen Lead-Magnet und das bedeutet, du kannst sie dann einfach auf eine Landing-Page schicken. Da gibt es alle möglichen Tools, simples Tool, was irgendwie sein kann, kann ich mal unten verlinken. Aber da gibt es alle möglichen Tools, wo man eine E-Mail-Liste am Ende aufbauen kann. Und dann kommen die zum Beispiel auf eine Danke-Seite und fertig. Am Anfang brauchst du erstmal nicht mehr. Und du kannst dann, das Coole ist, du siehst, diese E-Mail-Liste wächst nach und nach und es werden immer mehr Leute. Dann wirst du entlang des Weges wirklich coole Sachen bemerken, weil wenn man nur einmal pro Woche Newsletter rausschickt und dieser Newsletter gut ist, kann man tatsächlich im Newsletter verdammt viele Anfragen und auch Kunden drüber gewinnen. Ich würde sogar so weit gehen, dass 30% unseres Umsatzes, wenn nicht sogar mehr, über unsere E-Mail-Liste kommt. Der große Vorteil von der E-Mail-Liste ist, A, dass du wirklich mit den Leuten in Kontakt bleibst über, ich würde mal sagen, ich muss mal gucken, ob ich hier noch im Bild bin, wirklich von Tag 1 bis teilweise, ich habe Leute in meiner E-Mail-Liste, die sind, glaube ich, vier Jahre da drin und die erreiche ich heute noch. Also du bleibst mit den Leuten einfach wahnsinnig lange in Kontakt. Das ist über eine Plattform unglaublich schwierig zu erreichen, weil vielleicht hast du es auch mal beobachtet. Es gibt so Leute, die kommen in deine Welt bei LinkedIn, du guckst deren Content dir irgendwie an, aber dann sind sie auch irgendwann weg. Also manchmal komme ich wieder auf so Namen und denke mir so, wo ist der eigentlich geblieben? Bei einer E-Mail-Liste kann dir das nicht passieren. Also du kannst lange mit den Leuten in Kontakt bleiben, was ein Riesenvorteil ist. Und zum anderen ein gigantischer Vorteil. Ich weiß nicht, ob du schon mal dein Angebot in irgendeiner Form auf LinkedIn gepitcht hast, aber du wirst relativ schnell merken, dass es verdammt schwierig ist, etwas zu pitchen oder dein Angebot irgendwie richtig zu präsentieren. Und das ist ein gigantischer Vorteil tatsächlich von der E-Mail-Liste, weil da ist es super gängig und auch super einfach, dass du regelmäßig pitchen kannst. Also wenn du in unserem Newsletter bist, dann weißt du auch, dass ich ein großer Freund davon bin, regelmäßig dich in ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns einzuladen. Das wäre zum Beispiel auf LinkedIn unmöglich. Das wäre verdammt schwierig. Man müsste das irgendwie super umschreiben, warum es sinnvoll ist, ein Beratungsgespräch mit uns zu buchen, was der Vorteil ist. Und in so einem Newsletter kann man das relativ straight sagen, hey, wenn du mit LinkedIn starten willst, wenn du darüber Kunden gewinnen willst, wenn du darüber skalieren willst, buch dir einen Termin. Fertig. Das funktioniert im Newsletter wahnsinnig gut. Und das bedeutet für dich, für alle Leute sozusagen, die vielleicht so ein bisschen gerade bibbern, wie geht das mit LinkedIn weiter, was kann man tun? Kann ich nur die absolute Empfehlung aussprechen. Und wie gesagt, das ist das, was wir im Hintergrund mit unseren Kundinnen und Kunden gerade tun. Wirklich einen Lead Magnet zu entwickeln. Und ganz, ganz wichtig, erster Punkt ist, einen heißen Titel zu finden. Also das bedeutet, was interessiert deine Leute? Es kann auch zum Beispiel Arbeitsunterlagen sein, die du in der Zusammenarbeit sonst benutzt und die Leute irgendwie cool finden. Auch die Algorithmus-Checkliste war tatsächlich etwas, was bei uns in dem Produkt drin war. Aber die Leute so heiß da drauf waren, dass sie meinten, ey, ich nehme das aus dem Produkt raus und biete es for free an, weil es den Leuten auch einen coolen Mehrwert liefert. Also Titel ist alles. Dann musst du nur sozusagen das Setup machen, das technische. Wie gesagt, da gibt es alle möglichen guten Anbieter. Ich glaube, ConvertKit ist eins. Genau, ConvertKit, glaube ich, heißt es, womit man das relativ schlank irgendwie aufbauen kann. Und dann wirklich mal anfangen, Leute einzusammeln. Dann kommt, glaube ich, wenn du das Setup hast, brauchst du dir noch um E-Mails keine großen Sorgen machen, sondern dann das regelmäßig zu promoten. Ja, also das bedeutet, du hast diesen Lead Magnet, du hast die Infrastruktur dafür. Jetzt müssen natürlich auch Leute darauf aufmerksam werden. Wie kann man das tun? Indem man regelmäßig natürlich ein Poster dazu macht. Du kannst zum Beispiel bei mir beobachten auf LinkedIn, dass ich regelmäßig Tipps zu LinkedIn gebe und dann sage, hey, wenn du weitere Tipps haben willst, lad dir unsere Algorithmus-Checkliste runter. Oder du kannst natürlich in deinem Profil einbauen und du kannst natürlich auch in dieser Fokus-Sektion einbauen. Du kannst es überall einbauen. Und Ziel würde ich wirklich mal sagen, dass du bestenfalls relativ zügig so die ersten 500 Leute in deine Liste bekommst. Weil das Coole ist, dann kann ich dir jetzt schon sagen, kannst du deutlich besser nachts schlafen, weil du dich über die Zeit komplett unabhängig von LinkedIn machst. Du wirst relativ zügig merken, dass in der E-Mail-Liste doch relativ viel Geld drinsteckt über die Zeit. Du brauchst dir keine wahnsinnigen Sorgen mehr über Reichweite etc. machen und kannst dir wirklich ein super stabiles Unternehmen damit aufbauen. Und das ist absoluter Marketing-Basic-Funnel, der wirklich dafür gesorgt hat, dass wir auch wirklich ein stabiles Unternehmen damit hingestellt haben und aus meiner Sicht auch wirklich der erste Meilenstein ist, wenn du dich ein Stück weit von LinkedIn unabhängig machen willst. Ganz wichtig, das alles, was ich dir gerade gezeigt habe oder erzählt habe, funktioniert nur, wenn du es schaffst, regelmäßig hohe Reichweiten auf LinkedIn mit deinem Content zu erzielen. Denn ehrlich gesagt, wenn du einen Post machst mit 5 Likes und vielleicht einem Kommentar, wirst du niemals Leute in deine E-Mail-Liste bekommen, weil du einfach nicht genug Leute erreichst. Meilenstein Nummer 1 ist also immer, dass du möglichst viele Leute erreichst und wirklich Posten mit 5.000, 10.000 oder sogar 15.000 Ansichten stabil hinbekommst. Und das Coole ist, dass ich genau dazu gerade ein Video gemacht habe und dir ganz genau zeige, wie ich wirklich konstant diese viralen Posts hinbekomme. Den Link dazu findest du direkt neben mir. Schau dir das Video unbedingt an, weil nur dann macht das alles Sinn. Im Podcast findest du den Link zur Folge in der Beschreibung. Und wie gesagt, wenn du dich unabhängig von LinkedIn machen willst, ist Meilenstein Nummer 1, den Content aufzubauen. Und insofern, sieh dir direkt das Video an, um zu lernen, wie du das hinbekommst, um dir dann im Nachgang wirklich eine E-Mail-Liste aufzubauen. Und wie gesagt, wenn du dich unabhängig von haven, wo du musst, hier ansonsten, wie du dann bist du Philippines,